Ich liebe Fashion und ich habe gerne eine große Auswahl. Deswegen bestelle ich bei Zalando. Hier finde ich die neuesten Trends und alle Marken, die zu meinem ganz persönlichen Style passen. Das Beste für jemanden wie mich, der Hin- und Rückversand ist kostenlos. Wenn mir mal etwas nicht passt, kann ich es innerhalb von 100 Tagen zurückschicken. Und wenn ich eine Frage habe, rufe ich die kostenlose Hotline an. Ich habe es gern übersichtlich. In den aufgelisteten Kategorien finde ich mich leicht zurecht. So komme ich schnell zu dem, was ich suche. Oft weiß ich schon, was ich will. Dann benutze ich die Suchfunktion. Sehr praktisch, die Ergebnisse in der Produktübersicht kann ich über die Filter einschränken und so die für mich interessantesten Kleider sehen. Wie zum Beispiel meine Lieblingsfarbe. Ich klicke auf das Kleid, um es mir genauer anzuschauen. Ah, da ist es ja. Die Bilder zeigen mir unterschiedliche Ansichten. Wenn ich mir unsicher bin, helfen mir auch die Kommentare anderer Kunden. So erfahre ich mehr über die Eigenschaften meines Kleides. Jetzt muss ich nur meine Größe auswählen. Wenn ich mir unsicher bin, kann ich die Größentabellen zur Hilfe nehmen. So, fertig. Bevor ich bestelle, sehe ich die Auswahl in meinem Warenkorb. Zu meinem Kleid habe ich noch ein paar Schuhe ausgesucht. Jetzt kann ich zur Kasse gehen. Um bei Zalando bestellen zu können, registriere ich mich einmalig. Ich weiß, dass meine Daten in dem zertifizierten Onlineshop sicher sind. Meine Registrierung geht schnell. Nach der Eingabe meiner Daten melde ich mich auch zum Newsletter an. So bekomme ich regelmäßig Informationen über aktuelle Trends, Aktionen und Gutscheine. Nun wähle ich aus, wie ich bezahlen möchte. Meine Entscheidung steht. Jetzt kann ich meine Adresse, Zahlungsart und meinen Einkauf noch einmal überprüfen. Wenn ich mal einen Gutschein erhalte, kann ich ihn in diesem Schritt einlösen. Noch ein Klick und die Bestellung ist unterwegs zu mir. Als Bestätigung bekomme ich eine E-Mail. Mein Zalando-Paket erhalte ich schon nach ein bis zwei Tagen. Perfekt! Ich habe genau das gefunden, was zu mir passt und kann es heute Abend schon tragen. Sollte mir einmal etwas nicht passen, schicke ich es einfach zurück. Ich lege den Artikel einfach zurück in den Karton und fülle den Rücksendeschein aus. Nun klebe ich das Rücksende-Label auf und gebe es in meiner Postfiliale ab. Nach Paketeingang im Zalando-Lager halte ich umgehend mein Geld zurück. So einfach geht's mit Zalando.